Ich bin Agent Float, wir sind von der Drogenverhandlung. Eine falsche Entscheidung. Was sollen wir ihm sagen? Wir sagen gar nichts. Er geht für sieben Jahre in die Hölle, soll ich ihm etwa Glück wünschen? Und eine letzte Nacht. Auf meine wahren Freunde. Die Falschen sollen sich zum Teufel scheren. Um sein Leben zu ordnen. Bitte lass uns darüber reden, das ist unsere letzte Nacht. Nein, nicht unsere letzte Nacht. Meine letzte Nacht. Er vertraut mir nicht. Aus welchem Grund sollte er dir nicht vertrauen? Ich hab da eine Idee. Dazu müsstest du mir einen großen Gefallen tun. Von Regisseur Spike Lee. Bleib bei mir. Nein, ich hab noch was zu erledigen. Edward Norton. Philip Seymour Hoffman. Barry Pepper. Rosario Dawson. Anna Peckwin. Und Brian Cox. In ein paar Jahren wirst du deine Familie um dich versammeln. Und dir die Wahrheit sagen. Wer du bist. Und woher du kommst. Und dann wirst du sie fragen, ob ihnen klar ist, was für ein Glück sie haben. Denn beinahe hätte es sie gar nicht gegeben. 25 Stunden. Das wird die beste Nacht meines Lebens. Auf Video und DVD. Das wird die afflict CEB-Fau DEI. Versteck mich ab.